Hey Skipper, was geht denn hier ab? Für einen Flughafen am Ende der Welt sieht der echt gut aus. Ja, sieht aus wie auf einer Postkarte. Oh, das hat alles Bulldog geschafft. Der Kerl ist das anständigste Flugzeug, dem ich je begegnet bin. Diese alten Plakatwände sind ja grausam. Die zu zerstören ist dem öffentlichen Interesse. Bulldog hörte, dass dieser Ort auf dem Weg zur nächsten Wings Around the Globe Ray liegt und entschied, dass hier aufgeräumt werden müsse. Aufgeräumt, aber ich fürchte, jetzt muss ich meinen Lack ausbessern lassen. Perfekt, jetzt sind's nicht mehr Fiete. Au! Noch eine Plakat von weniger für die Zuschauer. Perfekt, jetzt sind's nicht mehr viele. Großartig! Dieser alte Flugplatz braucht Strom. Aber um die Versorgung wiederherzustellen, brauche ich einen Mann nicht. Abheben! Dem Magneten kann ich die Batterien einsammeln und die Stromversorgung auf Vordermann bringen. So sollte es klappen! Ex-Fresh-Zustellung! Abheben! So sollte es klappen! Der Strom wird schon bald wieder fließen! Wir müssen irgendwo Batterien sein! Abheben! So sollte es klappen! Bei der Arbeit hier getan, jetzt gibt's nur noch eine Aufgabe zu erledigen. Jetzt, da der Ort wieder respektabel aussieht, sollte ich mir die Kamera schnappen und ein paar Sehenswürdigkeiten für die Wings-Around-The-Clobe-Werbeposte ablichten. Nein! Wenn wir mal! Ich hab mich noch nicht gefragt, warum der Wings-Around-Roll auf dem Weg bleibt. Wann, los! Bei der Wings-Around-Roll hanging? Bei der Wings-Around-Roll-Weiß-Tel-Werb-eing? Untertitelung des ZDF, 2020 Das sollte reichen. Jetzt können die Leute bei Wings Around the Globe für ein richtiges Rennen in einer makellosen Wüstenumgebung werden. Als die Rennteilnehmer endlich ankamen, waren sie kurz zuvor durch einen ziemlich heftigen Sturm geflogen, sodass die Wüsten-Oase ein willkommener Anblick war. So wie wenn man nach einem rauen Flug über das Meer endlich das Deck der Fleißenhauer erblickt. Jetzt übertreib's mal nicht, Matrose. Untertitelung des ZDF, 2020